Sehr geehrter Herr Dr. Stresemann, mein Name ist Martha Knies und ich schreibe Ihnen im Auftrag der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, der IFFF. Bei allen politischen Differenzen halten wir Sie für den geeigneten Ansprechpartner für unsere Forderungen, nicht zuletzt, weil Sie sich in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender des Angestelltenausschusses des Hansa-Bundes und Präsidiumsmitglied des Bund der Industrie für die freie Organisation der Gewerkschaften, für die Tarifautonomie und explizit für den Freihandel einsetzten. Wir wissen ferner, dass Sie die in Versailles beschlossene Friedensordnung ablehnen. Daher möchten wir Ihnen das Ergebnis unserer Konferenz in Haag im Dezember 1922 mitteilen, indem wir erklären, die Friedensverträge haben a. den wirtschaftlichen Wiederaufbau auf der Grundlage internationaler Zusammenarbeit und Befriedigung internationaler Interessen verhindert, da sie dessen Durchführung zu einer Angelegenheit jener Nationen machten, die in diesem Weltkriege den militärischen Sieg davon trugen. b. Feindseligkeiten und Verdächtigungen geschaffen und anerkannt, welche die Abrüstung zum Land, Wasser und in der Luft immer mehr erschwert und die Ausschaltung chemischer und bakteriologischer Kriegsführung unmöglich gemacht haben. c. Die Aufrichtung eines allgemeinen, demokratischen und wirksamen Völkerbundes verzögert. Da die IFFF sowohl die friedliche Lösung zwischen den Nationen anstrebt, als auch die der Gegensätze zwischen den sozialen Klassen, betrachten wir es als unsere Pflicht, Gesetze vorzuschlagen, welche auf die allmähliche Abschaffung der Vorrechte des Besitzes hinarbeiten, z.B. durch Besteuerung, Erbschaftsabgaben und Bodenreformen. Nur diese können wirtschaftliche Unabhängigkeit und individuelle Freiheit gewährleisten. Ferner arbeiten wir daran, in den besitzenden Klassen den ernsten Willen zu wecken und zu stärken, das Wirtschaftssystem im Sinne sozialer Gerechtigkeit umzugestalten. Nur so kann langfristig ein friedliches und wirtschaftlich florierendes Deutschland geschaffen werden. Hochachtungsvoll, Martha Knies. Untertitelung des ZDF, 2020